ein zeichen wir brauchen ein zeichen und wer jetzt hier an sowas denkt der ist mindestens genauso alt wie ich und kennt den film noch aus dem das hier stammt ja kommentieren ist das neu abonnieren ihr wisst es ja schreibt mir ob ihr den film noch kennt mit dem ihr diese sandale assoziiert aber was ist das zeichen denn beim schach auf das wir warten da gibt es nämlich auch eins und das schauen wir uns heute an los geht es nun das zeichen dass ich heute meine ist besteht im damengambit strukturen ja wir kennen das ja damengambit d4 d5 und wir spielen irgendwann c4 und haben hier diesen druck auf d5 und schwarz hat meistens mit einem bauern irgendwie in der slawischen verteidigung diesen bauern gedeckt alles völlig in ordnung was ist jetzt das zeichen das zeichen ist in dem umblick wenn schwarz den springer nach d7 spielt das ist das zeichen dann können wir auf d5 tauschen und die c linie öffnen denn dann kann dieser springer eben nicht mehr nach c6 um die c linie verstopfen und das kann zu kleinen problemen führen und da schauen wir uns mal drei kleine aber einfache beispiele an die das demonstrieren sollen also im ersten beispiel folgen wir der partie von rubinstein gegen bogeljubov wien 19.22 und es geht jetzt auch nicht darum theorie und sowas zu beleuchten wir wollen auch nicht die ganze partie in tiefe reinschauen wir schauen uns nur mal die erste phase an wir sehen beide seiten entwickeln sich alles normal auf einmal springer bd7 das zeichen das ist der moment wo weiß wir wo wir auf d5 tauschen sollten hier in dem fall spielt schwarz noch mit dem springer tausch kein problem aber am ende des tages ist diese c linie eben offen und wir sehen mal wie weiß es gelingt diese c linie zu besetzen zu erobern wie auch immer zunächst mal müssen wir natürlich den laufer freimachen damit die türme dahin kommen jetzt drohen wir mit laufer e1 das lauferpaar auch zu behalten kein problem der laufer könnte ja irgendwann auch mal ist auch geil wenn schwarz enttauscht und das war die idee von diesem turmzug dann schlagen wir mit dem turm und haben sozusagen wenn wir hier verdoppeln wollen auf der c linie dieses tempo mit der verdoppelung schon gewonnen und ja so kommt irgendwann muss schwarz versuchen seinen laufer zu entwickeln und wir sehen schon hat schwarz hat weiß die die linie schon hat weiß die c linie und druck und weiß steht einfach besser die partie dauert noch ein bisschen aber weiß konnte die partie problemlos verwerten wir schauen uns mal ein zweites beispiel an und zwar aus der partie terry king gegen schulanov die öffnung war quasi fast eine ähnliche oder fast die gleiche nur dass hier nach unserem zeichen tausch sofort getauscht hat aber das spielt überhaupt keine rolle deswegen müssen wir uns gar nicht so die die ganz groben zug folgen merken wir merken uns einfach nur damen b3 ist oftmals ein guter zug um den b7 vor allem auch im auge zu haben um dem laufer z8 eben die entwicklung zu erschweren und dann kommen die puppen raus und ihr seht die motive ähneln sich und wiederholen sich so ähnlich wie eben wir können hier wieder auf der c linie verdoppeln und am ende des tages kommen wir auf die siebte reihe schon wieder rein können auf a noch diesen bauern angreifen und den bauern gewinnen hier in dieser partie folgte turm e8 und wir konnten diesen bauern gewinnen und nach dem massentausch ja und a3 haben wir einfach ein bauern mehr super wenn schwarz gucken wir eben die kleine variante mit a7 a5 spielt dann gibt es hier immer den zugläufer b5 der diese beiden damenflügelbauern festnagelt den b6 und den a5 die kommen nicht mehr vorwärts wir haben die c linie wir haben hier die diverse felder die wir bestreichen und so weiter und genau dieses motiv kommt in unserem dritten beispiel vor und das ist die partie von taymanov gegen trep terpugow moskau 1951 wie gesagt die namen sind nicht an zu entscheiden wir gucken uns wieder ein bisschen züge an ja und jetzt wieder damen mit slawisch und auf einmal kommt springer bd7 wieder das ist unser zeichen wir tauschen auf d5 ja jetzt haben wir so eine slawische abtausch variante aber der springer auf d7 steht einfach nicht gut und jetzt schauen uns die nächsten züge an die alle relativ selbsterklärend sind da braucht man gar nicht die raketenwissenschaft neu zu erfinden hier baut sich schwarz mit a6 und b6 auf und schwächt damit diesen a6 den halten wir hier schon mal im auge merken wir uns und auf einmal versucht schwarz einen gegenangriff zu machen naja gut nicht schlimm gehen wir nach c7 jetzt spielen springer e5 tauschen damit einen verteidiger von b6 ab und jetzt schaut mal hier steht der laufer auf e5 super wir drohen auf c7 einzudringen schon und wenn schwarz das verhindert dann wird der springer vertrieben und dann kommt der springer nach b4 der a bauer wird angegriffen der zieht vor und schon haben wir die konstellation nach laufer b5 mit tempo das eben ja diese konstellation mit dem a5 und b6 mit dem laufer b5 die wir eben angesprochen haben und schon sehen wir wieder weiß ist am drücker mit seinen läufern die strahlen über das ganze brett die c linie der b6 vor allem der ist in dieser konstellation immer besonders schwach und das sehen wir hier auch in dieser partie auch wenn ein turm getauscht wird who cares und schon der laufer steht natürlich bombe hier der schwarze verzweifelte versuch auf gegenspiel wurde relativ schnell im keimer erstickt und hier sehen wir einfach schon zack laufer c7 und wir sehen entweder kommen wir hier auf die siebte reihe rein ja wir haben ja schon luftloch kann nichts passieren der e6 ist schwach der b6 ist schwach ja und wenn laufer d4 kommt kommt laufer b6 um den d4 auch zu decken jetzt hängt der e6 immer noch wir haben schon bauern gewonnen ja und die partie endete sehr sehr bald 1 zu 0 für weiß auch wenn wir die partien heute nicht in aller ausführlichkeit besprochen haben so merkt euch doch bitte ja gerade in diesen slawischen damengambit strukturen in dem umblick wenn springer bd7 kommt das könnte ja auch mit weiß umgekehrt sein wir gucken uns mal eben ganz kurz londonersystem an aus schwarzer sicht wenn jetzt hier zum beispiel sowas kommt und weiß spielt c3 und irgendwann spielt der springer bd2 auch hier das zeichen für schwarz jetzt können können wir hier auf der c linie schlagen und entsprechend auf der c linie zu schwarz das gegenspiel suchen weil dieser springer auf d2 einfach schlecht steht also grundprinzip haben wir hoffentlich jetzt erkannt und verinnerlicht und merkt euch das für eure partien in dem sinne sind wir schon mal durch für heute danke und wer noch mehr zu diesem thema wissen will der schaut sich gerne links dieses video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem kanal um vielen dank fürs reinschauen und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal